Willkommen zum allerletzten Hot Deal der Woche, jetzt kurz vor Weihnachten. Praktisch ein Last-Minute-Deal für euch. Was könnt ihr dann dementsprechend ergattern? Wir haben hier von Schmauders Schnapsledeling, haben wir hier die Marille, die alte Marille, in der 1-Liter-Flasche, die beim Schmauder 30,50 Euro kostet. Und jetzt im Hot Deal gemeinsam mit dem passenden Schnapsglas kostet es anstelle von den 35 Euro, jetzt hier im Hot Deal nur 25 Euro. Also ihr spart euch 10 Euro, wenn ihr jetzt hinzugreift. Insgesamt habe ich zwei davon im Angebot. Also ganz bequem in der Anzeigenblatt-App bestellen und es wird noch zu euch nach Hause geliefert, Last-Minute. Dann das nächste Angebot, weil einfach die Nachfrage so groß war, ob ich noch einen alten Willi habe, haben wir hier nochmal zwei von dem alten Willi von Prinz in der 1-Liter-Flasche, gemeinsam auch mit einem passenden Schnapsglas dazu. Kostet insgesamt 35 Euro und hier in der Anzeigenblatt-App als Hot Deal nur 25 Euro. Also ihr spart euch wieder, wie gesagt, 10 Euro und insgesamt habe ich zwei davon. Wird zu euch nach Hause geliefert, wenn ihr jetzt nicht bestellt, also greift zu, weil die sind relativ schnell weg. Dann wünsche ich euch frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal zu den Hot Deals der Woche.